Ja schon, das war alles natürlich sehr durchgeklart. Erzähl uns noch kurz, du hast ja nie auf die Goldmetalli lange warten müssen, sondern auch auf die gewisse Leistung. Ich war mit mir in den 2. Mal rein, da kam ja schon einige jetzt. Unter anderem, lass uns einen Schritt nach vorne gehen. Wir haben jetzt auch noch die Gastgeber gesagt, meine sollt ihr bitte kalt stellen, ich möchte sie erst mit Arm drauf machen. Deswegen herzlich willkommen. Bronze! Was ist ausgehalten ein Tag lang, ohnehin das gute Stück? Das war schrecklich. Goldbeck, Feier-Chat-Leg überwunden. Ja, schon. Pass auf, du hast jetzt... Bronze! Goldbeck! 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 ...und dann noch ein bisschen flexiger. Ja, sehr gut. Das ist gut, ich weiß nicht. Hans Geisenberger, komm, mach's noch mal. Nichts Loch, sondern sie zieht noch nicht, da kommt die Olympiasiegerin, Nathalie Geisenberger. Macht es wieder, Nathalie Geisenberger. Das ist gut, ich weiß nicht.